Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlauch-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K20. Wir erreichen echt bald schon Folge 200, das ist echt heftig. Heute werden wir mal ein bisschen weiter simulieren, schauen wir mal wie wir in dieser Saison weiter fortfahren. Ich denke mal ich werde gegen die Bucks das nächste Spiel selber spielen, da habe ich eigentlich ganz groß Lust drauf. Gegen Giannis Antetokounmpo und Co. Aber jetzt erstmal hier gegen die LA Clippers, die ja bei mir im Spiel nicht mehr so stark sind und das sieht man auch hier momentan am Ergebnis. Sind da nochmal einen Ticken rangekommen, aber das war's. Hatten nur ein gutes Viertel, das dritte die restlichen, obwohl das vierte geht auch noch, aber der Rest war halt sehr schlecht. Dame zeigt 32 und 9 Assists, sehr stark. Jokic wieder eine monströse Leistung. Double Double, hohe Assistszahl, drei Blocks dazu, richtig stark. Daytona liefert auch gut ab. Und auch Willis mit 21 Punkten, richtig stark. Hier sehen wir Carl Kuzma, Harrell ist auch immer noch da, aber der Rest ist ja hier John Wall sogar inzwischen auch schon 35 Jahre alt. Aber natürlich sind die Clippers nicht mehr das Team, was die aktuell in echt sind. Auch die Golden State Warriors. Nein, machen wir auf gar keinen Fall, oder? Golden State Warriors, hier nochmal. Stehen wir auch mit 10 zu 19 da, also auch richtig schlecht. Wir haben übrigens jetzt sechs Spiele hintereinander gewonnen. Nein, ich gebe Hartenstein nicht ab. Hartenstein ist sehr, sehr beliebt in der NBA, aber ich gebe Hartenstein nicht ab, da sehe ich überhaupt nicht ein. Die Warriors, es ist gar nicht so groß der Vorsprung. Sollten wir aber eigentlich schlagen, die Golden State Warriors. Ja, am Ende dann doch relativ deutlich. Auch weil Daytona ein starkes Double-Double macht. Marvin Willis scort auch immer seine 22 bis 30 Punkte, scorte er immer mal wieder. Jackson macht das ordentlich. Zach Levin, Jokic und Lillard, okay. Russell 24 Punkte. Thompson, Ingram, Wilson Curry, anscheinend verletzt, okay. Sieben Spiele in Folge jetzt schon gewonnen. Rotation beibehalten. Also warum wollen die dann alle Isaya Hartenstein? Den will ich nicht abgeben. Da müsste schon ein geiles Angebot kommen. Da müsste schon ein wirklich geiles Angebot kommen, dass ich sage, okay, Isaya Hartenstein wird getradet. Ja, hier gegen die Timberwolves. Ja, also vom Ergebnis vielleicht nicht so deutlich, aber wir waren die ganze Zeit vorne. Jokic ist einfach nur on fire diese Season. Obwohl seine Punktausbeute noch nicht ganz so krass ist, aber das reicht auch, weil wir andere Scorer haben. Gute Rebound-Zahl, Assist-Zahl wie ein Center, auch wenn es bei ihm so normal in Anführungsstrichen wirkt, ist das einfach überragend. Und dazu halt, das Einzige, wo man meckern könnte, ist vielleicht die Blockausbeute. Aber das wäre auch ein bisschen zu viel, das gut. Er hat übrigens eine 97, also absolut in seiner Prime aktuell. Will ist inzwischen bei 24,1 Punkte, auf über 7 Punkte gesteigert. Vielleicht auch ein Kandidat, wie Most Improved Player. Jalen Brown, Allen, okay. Jetzt hier gegen die Houston Rockets. Die stehen bei 17,17, also sehr ausgeglichene Bilanz. Und wir rasieren hier momentan komplett alles weg bisher. Also wir sind immer noch auf jeden Fall ein Contender. Wir gehören immer noch zu den besten 3, 4 Teams der Liga. Ja, gegen Houston ist es ein enges Duell. Viertes Viertel jetzt. Noch eine sehr enge Sache. Knapp in Führung, schauen wir. Sieht gut aus. Ja, am Ende mit 7 Punkten Vorschriften. Weil die Houston Rockets aber auch nur noch 13 Punkte machen im letzten Viertel. Allgemein Low-Scoring-Viertel gewesen, aber nur 13 Punkte. Sehr, sehr schlecht von den Houston Rockets. Und das ist halt schön. Letztes Spiel hatte Leder 12 Punkte. Jetzt macht er 29 und 7 Assists und übernimmt hier einfach. Jokic mal wieder ein Triple-Double mit 13 Assists. Also richtig stark. Daytona stark. Levine. Lässt sich doch sehen. James Harman macht 20. Was macht er im Schnitt? 23, 2. Ja, der ist jetzt auch so aus seiner Prime schon raus, kann man sagen. Geht jetzt langsam halt bergab alles, ne? Ist aber auch verständlich. Middleton. Westbrook auch noch da. Was macht der denn so? 18,2 Punkte. Okay. Aber auch schon 37, ne? Also es ist auch komplett normale Entwicklung bei Russell. Jetzt hier gegen die Brooklyn Nets. Mit Kyrie, mit Durant. Mit einem super Team natürlich. Thompson. Und einen Zweitrunden-Pick wie Isaiah Hartenstein. Tristan Thompson ist gar nicht mal so schlecht, aber ich will Hartenstein trotzdem behalten. Weil Thompson ist zwar kein schlechter Center, ist sicherlich in einigen Attributen auch besser als Hartenstein. Aber Hartenstein ist halt jemand, der den Dreier werfen kann. Und Thompson halt überhaupt nicht. Oh, gegen die Nets sieht das sehr gut aus. Am Ende doch ziemlich eng. Oh, das letzte Viertel. Wir haben jedes Viertel klar gewonnen, aber im letzten Viertel sind die Nets besser. Und die gewinnen das mit einem Punkt. Das ist bitter. Da gewinnst du alle drei Viertel vorher. Und dann verlierst du das Spiel, weil sie dir halt im letzten Viertel 45 Punkte reinballern. Krass. Ah, schade. Schade, schade, schade. Winning Streak erstmal beendet. Kyrie 22. McCullum ist jetzt dort. 20 Punkte. Dudley 20. Wo ist ein Durant? Hier 15. Okay. Schade. Jetzt hier gegen die Clippers. Jetzt stehen wir bei 30, 8. Ich gucke aber auch kurz mal auf die Tabelle. Wir müssen immer noch Erster sein. Ja, von New Orleans. Ja, und dann Kansas. Ich sag mal so, wir werden uns mit New Orleans darüber streiten, wer hier die Confluence gewinnt. Im Osten sind es die Hornets, dann Nets und Bucks, die sich da streiten. Also hat man auch fünf Teams, die sich darum allgemein streiten, das beste NBA-Team zu sein. Sind das denn auch alles die Contender eigentlich, oder? Ja, New Orleans und Portland, das sind die beiden Contender im Westen. Und die drei Contender im Osten tatsächlich. Also es ist schon so, dass die besten Teams auch, ja wirklich, ähm, die besten Ergebnisse auch einfahren. Das sind auch so die fünf Teams, denen ich den Titel am ehesten zutraue. Wenn man sich zum Beispiel Dallas anguckt. Haben zwar noch Davis, Adebayo, Porzingis, aber eben keinen Donchic mehr haben allgemein. Einen sehr schlechten Backcourt, das ist halt nicht gut. Das ist halt nicht so gut. Jetzt hier gegen die Clippers, die sind sowieso die Laterne der Liga, waren sie glaube ich eben. Also gegen die Clippers ist ein Sieg, absolute Pflicht. Man sieht es ja jetzt auch hier, es sieht super aus. Ja, ganz deutliches Ding. Daytona macht auch 29 Punkte und 13 Rebounds. Der Rest liefert auch soweit ganz gut ab. Hartenstein zum Beispiel zwar nur fünf Punkte, aber macht zehn Rebounds. In dieser Season hat er sich sogar noch mal einen Ticken gesteigert zu den letzten zwei Saisons, was Punkte angeht. Rebounds ist aber richtig stark. Also das muss man echt mal sagen. Ist seine stärkste Saison in Sachen Rebounds interessant. 8,1 Rebounds pro Spiel. War also nicht schlecht. Hartenstein auf jeden Fall mit einer guten Season bisher. Zach Levine, ja, der macht genau das, was ich erwartet habe von ihm. Das ist schön. Es greifen momentan alle Neuzugänge auch, das ist schön. Dass da allgemein so die Spieler einfach ihre Aufgaben erfüllen. Jeder hat so sein Part. Willis ist der reine Scorer. Lillard soll natürlich möglichst viele Assists geben und auch gut scoren. Jokic ist halt die Allround-Maschine und Daytona soll halt der neue Superstar schlechthin werden. Hartenstein und Theiss soll ich abgeben. Also auf gar keinen Fall. Die German Connection bleibt hier in Portland. Da habe ich gar kein Interesse dran, irgendwie die zu zersprengen. Die Magic, ein harter Gegner bisher. Viertes Viertel. Wir sind noch dran. Wir sind noch dran, aber jetzt müssen wir ordentlich scoren, sonst war es das. Ja, leider verloren. Da war die Magic heute einen Ticken besser. Da reicht auch das Double Double von Daytona nicht. Hier nochmal die Sets, ja Jokic, richtig stark. Wir waren gar nicht so schlecht. Aber die Magic war einen Ticken besser hier, unter anderem mit Hall. Roland Hall hat 21 Punkte gemacht. Julius Randle, 21, 12. Was macht der denn im Schnitt? 19 und 8,3. Okay. Auch gar nicht so ein schlechtes Team, aber auch nicht das Überteam. Jetzt hier gegen die New Orleans Pelicans. Also jetzt geht es hier tatsächlich um die Spitze der Conference. Aber es sieht ordentlich aus bisher. Es sieht ordentlich aus, aber die New Orleans Pelicans sind noch dran. Also es ist ein enges Duell. Es ist ein enges Duell. Jetzt ziehen sie vielleicht davon. Jetzt müssen wir dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. Kommt schon. Jawohl. Na. Es ist eng. Um einen Punkt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gegen die Netze haben wir um einen Punkt verloren. Da war es, glaube ich, ein ähnliches Ergebnis. Da war es 119 zu 118. Und hier gewinnen wir jetzt 118 zu 117 um einen einzigen Pünktchen gegen die New Orleans Pelicans. Allen voran, weil Marvin Willis eben 31 Punkte gemacht hat. Levine als Supporting Cast auch 21 starke Punkte. Jokic hat seine Aufgaben gemacht. Daytona gar nicht so super stark, aber immerhin auch gut mitgeholfen. Und Lillard, obwohl er nur 7 Punkte macht, gewinnen wir das Spiel. Okay. Chapman stark. Richardson ganz ordentlich. Zion Willis sind ganz klar unter seinen Möglichkeiten. Also das ist nicht so stark. Hauptsache wir gewinnen das Ding jetzt hier gegen die Chicago Bulls. Sicherlich auch ein interessanter Gegner. Aber die Bulls natürlich, die leben eigentlich mehr davon, von dem was sie mal waren, sage ich mal. Das letzte große Hoch hatten sie doch eigentlich nur noch mit Derrick Rose. Seitdem geht wenig bis gar nichts bei den Bulls, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, ja und auch hier machen wir sie einfach kaputt. Ganz easy going. Daytona hatte Bock auf 37 Punkte. Willis hat sie weggeballert. Jokic sehr stark. Lillard mit einer hohen Assistszahl. Also da haben wirklich unsere vier Superstars funktioniert. Lewin und Hartenstein ebenfalls gut funktioniert. Ah, dann passt das eben, ne? The Bonus 27,9. Eigentlich ein starkes Spiel auch von ihm. Auch Turner, also zwei Ex-Spieler von uns. Hier wieder vereint. Aber für uns reicht das halt nicht. Jetzt OKC. Was machen wir gegen OKC? Das sieht deutlich aus. Das sieht sehr deutlich aus. Gar nicht so super deutlich. Also gar nicht so übertrieben deutlich, weil sie im letzten Viertel da noch gut gegen gehalten haben. Aber halt trotzdem, ne? Über 20 Punkte Vorsprung. Daytona, Lillard, Levine und Co. haben einfach stark gespielt. Da kann auch mal ein Nikolaj Jokic nur 8 Punkte machen. Gildiz Alexander ist tatsächlich die ganze Zeit bei OKC. Ja, ne, bei Clippers war ein Tag. Äh, ein Tag vor allen Dingen. Eine Season. Aber seitdem hier bei OKC. Kein schlechter Mann, ne? Ja, aber Schwankungen, viele Schwankungen hier sein, hat er hoch gehabt. Dann ging es immer weiter runter. Gerade hier die Season gar nicht gut stat-mäßig. Und jetzt geht es wieder deutlich weiter nach oben. Das ist auch dringend nötig. Ja, aber du hast halt so manche Teams unter anderem wie OKC, die kommen nicht voran. Obwohl sie immer wieder hohe Draftpicks gehabt haben in den letzten Jahren. Jetzt hier gegen Golden State Warriors. Boah, im ersten Viertel schon komplett auseinandergegen. Und das zweite auch. Die Warriors in drei Viertel schaffen sie es nicht über 20 zu scoren. Und da machen sie im letzten Viertel 33, weil für uns natürlich das Spiel schon entschieden war. Alter, ist das bitter. Das ist schon sehr, sehr bitter. Das sind einfach 52 Punkte mehr. Das ist schon hart. Also Golden State Warriors komplett abgeschossen hier. Und vor allen Dingen auch defense-technisch natürlich dominiert. Jokic Triple-Double. Ja, das ist... Der beste Scorer hat einfach 17 Punkte. Da braucht man sich nichts mehr angucken. Das ist schwach. Jetzt gegen die Hornets. Haben die eine bessere Statline als wir? Nein, aber die haben eine Niederlage bisher weniger. Ganz geiles Duell. Das könnte natürlich wieder das Finals-Duell werden. Das ist jetzt natürlich hier interessant. Hornets Portland. Mit das Beste, was die NBA zu bieten hat. Und es sieht sehr gut aus bisher. Boah, das dritte Viertel war absolut Hornets Viertel. Jetzt ist es sehr, sehr eng. Es ist eng. Schauen wir mal. Jawohl, wir haben es nochmal gedreht. Stark, 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 stark. Sehr stark. Sag kurz danach aus, als wenn wir das Spiel hier verlieren. Aber dann drehen wir das doch noch. Wichtiges Statement. Daytona mit einem starken Double-Double. Wichtiges Ding. Jokic leistet auch absolutes Top-Spiel. Lillard macht auch das, was er noch zu leisten entstanden ist. Sehr stark. 23-11. Levine macht die Punkte. Willis heute nicht ganz so stark. Schlechte Wurfquote, aber trotzdem 12 Punkte. Hartenstein ballert dafür auch 12. Sehr schön. Boah, Javon Cage macht einfach 48 Punkte. Der Typ, weißt du, da denkt man sich in der letzten Season, ey, der muss doch MVP werden. Da geht eigentlich nichts drüber. Und dann wird Antetokounmpo MVP, wo ich sagen muss, nein, ist nicht verdient gewesen. Und jetzt kommt ein Javon Cage und denkt sich so, okay, ich bin letztes Jahr kein MVP geworden. Ich ballere euch jetzt einfach nochmal 2 Punkte mehr, beziehungsweise 2,5 Punkte mehr. Gönn mir einfach nochmal 0,7 Rebounds mehr. Assists mache ich einen Ticken weniger dafür, dass ich mehr ballere. Halte meine Steelrate. Klar, die Wurfquote etwas runter, aber das ist nicht super schlimm. Also wenn der Typ dieses Jahr kein MVP wird, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Willis gebe ich auf gar keinen Fall ab. No way. Ja, komm, Simulation, geht auch weiter. Wir gucken uns auch gleich nochmal die Stats an. Wie es denn da momentan aussieht. Boah, hey, Jao Morant und nix. Ich meine, Antetokounmpo gucken wir uns kurz mal an, ne? Weil er ist natürlich der MVP der MVPs. Ich meine, der ist jetzt die letzten... Der Regular Season Goat, wie ich ihn ja auch immer nenne, der ist in diesen Jahren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal MVP geworden. Eigentlich durchgehend bis auf 2, 22. Also er ist eigentlich der Megastar überhaupt mit seinen 31 Jahren, aber... In diesem Jahr macht er es sicherlich nicht schlecht. Fast 30 Punkte, 14,4 Rebounds, 7 Assists, 1,9 Steals, 1,9 Blocks. Natürlich ist er in jeder Kategorie ein Motherfucker, braucht man nicht drüber reden. Aber Jao Morant macht einfach 37,4 Punkte, 6,1 Rebounds, 9,2 Assists. Macht auch 1,9 Steals und 0,3 Blocks. Eine Wurfquote von 51%. Dreierquote von 46%. Da ist natürlich Antetokounmpo klar überlegen. Und auch Javon Cage im letzten Jahr, der hätte eigentlich... Da konnte man halt argumentieren, okay, seine Assistszahl ist halt relativ niedrig. Dafür ist Update Koupe zu ausgeglichen gut gewesen. Aber in diesem Jahr, wenn man schon sagt, okay, Javon Cage wird es nicht, dann muss es halt einfach Jao Morant werden. Wobei man auch echt sagen muss, dass Javon Cage letztes Jahr schon ein bisschen übergangen worden ist mit seinen 25 Jahren. Jetzt kommt halt jemand wie Javon Cage. Der hat ähnliche Stats wie Cage, der Jao Morant, aber hat dazu einfach noch 9,2 Assists. Du musst ihm eigentlich den MVP, einen der beiden hier geben. Musst du eigentlich. Vor allen Dingen, weil die halt auch beide mit ihren Teams... Okay, doch nicht ganz. Doch nicht ganz. Ja gut, Morant halt gar nicht. Aber Javon Cage steht halt vor Antetokounmpo's Bucks. Und das könnte halt wieder das Ding sein, dass am Ende man sagt, okay, Antetokounmpo's Stats sind wieder in der Breite und so in diesen Ticken besser. Standing ist ähnlich und deswegen gewinnt er den MVP. Während bei Jao Morant stimmt das Standing halt nicht, ne? Muss man halt schauen, muss man halt schauen. Aber naja, das auf jeden Fall dazu. In der nächsten Folge gibt's dieses Duell hier gegen Chris Dunn, J.P. Makua, Michael Porter Jr., Giannis Antetokounmpo und Jaleel Okafor, das heißt gegen die Milwaukee Bucks. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf. Euer Veloz schmelzt sich wie immer ab und... Und... Bye, bye!